Wenn der erste Dart in der Triple 20 steckt, was soll ich dann machen? Soll ich ein Stück zur Seite gehen oder soll ich auf den Dart schauen? Und wenn ja, wohin? Anhand dieser interessanten Frage werden wir uns damit beschäftigen, wie du konstanter wirst, weil du nämlich einen ganz anderen Trainingsplan ausführen wirst, wie du ihn bisher kennengelernt hast oder umsetzt. Und ich werde dir zeigen, mit welchen Mitteln man sein Training so boosten kann, dass du in Zukunft weitaus öfters die 180 triffst als bisher. Wie bisher dein Training abgelaufen ist und warum diese Frage gestellt wird, das ist höchstwahrscheinlich eine Sache, die du kennen wirst. Du spielst und spielst, aber es passiert nichts, wo du merkst, Mensch, jetzt habe ich das Richtige gefunden, um gezielt besser zu werden. Woran liegt das? Was wollen wir eigentlich haben? Wir wollen natürlich 180er und 140er werfen. Und was kommt meistens an? 26, 60, 100er, die kriegen wir häufiger. Je nachdem, wie erfahren und mit welchem Talent wir versehen sind. Um öfters in die 180 reinzukommen und bessere Scores zu erreichen, da hilft das meistens nicht aus, die ganze Zeit nur irgendwelche Trainingsspielchen zu machen und unreflektiert in die ganze Sache reinzugehen. Und wir gucken uns jetzt an, warum das so ist und was wir dann auf jeden Fall tun können, um das zu ändern. Zuerst müssen wir sehen, warum haben wir eigentlich dieses Problem. Und da können wir sehr schnell feststellen, dass unser Umfeld gar nicht so strukturiert ist, wie in anderen Sportarten, wo viele Trainer sind, aber auch viele Leute, die unter Trainern trainieren und dementsprechend auch ein Wissen sich angeeignet haben und dieses Wissen dir dann weitergeben könnten. Und genau hier ist ein Problem, weil wenn ich das Wissen nicht vermittelt bekomme, dann tappe ich natürlich im Dunkeln. Es ist also so, dass Training nur dann Sinn macht, wenn wir ein ungefähres Ziel haben und wissen, was wir erreichen wollen. Natürlich wissen wir, was wir erreichen wollen. Wir wollen konstant spielen, wir wollen hohes Scores haben, wir wollen immer gut abliefern und das sind Sachen, das wissen wir, das wollen wir. Aber wir wissen nicht, wie wir herankommen. Sagen wir zum Beispiel im Kraftsport, du willst Muskeln aufbauen, dann machst du Hypertrophietraining. Das ist also ein Muskelaufbautraining. Du weißt ungefähr, mit welchem Gewicht du arbeiten musst und du weißt, wie viel Wiederholung du dafür machen musst. Und das fehlt natürlich im Darttraining, weil du hast keine richtige Materie, die du anfassen kannst. Du hast keine richtigen Strukturen, wo du also in den Verein gehst und danach fragst. Und genau das ist das große Problem. Und deshalb will ich dir zeigen, wie man das verändern kann, wie man das in die richtige Bahn lenkt. Und das sollte deinem Training den absoluten Buß geben, in Zukunft mehr an dir zu arbeiten und viel bewusster die ganzen Trainingseinheiten und Übungen zu erleben. Meine Empfehlung, wenn du also keinen hast in deinem Umfeld, der dir Trainingspläne schreibt oder der dich da unterstützen kann, deine Ziele zu erreichen, ist folgendes. Wenn du zum Beispiel ein Problem lösen möchtest oder du hast irgendetwas, was du als Ziel auserkoren hast, dann ist es wichtig, auch einen Lösungsansatz zu finden. Und diesen Lösungsansatz zu finden, ist gar nicht so einfach, weil wir sehr oft in Probleme denken und eher daran denken, ach, wie schaffe ich es, nicht so oft in die 5 zu werfen, wie schaffe ich es, meine Unkonstanz wegzubekommen und so weiter und so fort. Das sind eher problembehaftete Denkweisen, die aber nicht unbedingt dazu führen, dass du dein Ziel erreichst und dieses Problem löst. Und das ist eine sehr wichtige Herangehensweise. Das ist der erste wichtige Tipp für dich. In diesem Beispiel, da haben wir schon von dem Fragesteller eine gute Vorgabe bekommen, was soll ich eigentlich machen, wenn der erste drinsteckt? Und da gibt es dann schon gleich Lösungsansätze. Also der erste ist, zur Seite zu gehen. Der zweite ist, auf den Da zu gucken. Und hier gucken wir uns mal an, wie wir das in Zukunft für uns am besten erarbeiten können, damit dann auch das Training anschließend besser läuft. Zuerst einmal durchdenken wir die Situation und auch alle Optionen. Wir gucken, was können wir alles machen, welche Möglichkeiten habe ich. Und da kann man sich ruhig mal ein bisschen Zeit lassen, denn es geht ja darum, langfristig diese ganze Sache zu trainieren. Das ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Es gibt natürlich viele andere Sachen, aber das ist ein konkretes Problem, was hervorragend ist, um daran auch zu erkennen, ja, wie kann ich das strukturiert aufbauen, dass ich dann für die Zukunft mir einen gewissen Handlungsplan aufbaue. Schreibt ihr zum Beispiel auf, kann ich auf den Flight visieren? Kann ich mir einen Punkt angucken, der zum Beispiel auf dem Bärbel ist? Kann ich auf die Spitze gucken? Was muss ich machen, falls ich das Feld nicht mehr sehe? Gehe ich denn zur Seite? Oder muss ich Tatsache das Feld wechseln und muss runter zu Triple 19 gehen? Das sind alles Sachen, die kann man sich erst mal aufschreiben, weil wenn du trainierst oder unter Druck bist, dann ist das alles weg. Wir brauchen also eine gewisse Klarheit und Struktur, um das dann auch zu automatisieren und immer präsent zu haben. Jetzt in diesem Moment hast du es vielleicht präsent und denkst, mein Gott, wie einfach ist das? Aber dann trainierst du und merkst, oh, da passt irgendwas nicht. Und auf einmal ist das weg. Und dann denkst du, ach, was wollte ich denn noch machen? Aufschreiben. Das ist eine absolute Grundlage, um strukturiert zu sein. Und natürlich kann man sich auch immer wieder eine Abschlussfrage stellen auf seinem Zettel und kann draufschreiben, was gibt es alles noch für Möglichkeiten? Das lässt du dann. Und manchmal ist es so, dann kommt dann irgendwann abends, am anderen Tag, dann kommt nochmal so eine Idee und ah, ja, das Gehirn hat zwischenzeitlich gearbeitet und gibt dir nochmal einen gewissen Input. Ja, und dann schreibst du es auf und dann hast du eine kleine Liste zusammen. Ja, und wozu machen wir das Ganze? Denn Training ist ja im Grunde genommen nicht nur dazu gedacht und soll dazu führen, dass unsere Leistung im Training besser wird. Wir wollen natürlich auch einen Wettkampf abrufen. Und genau dieser Übergang, der ist sehr, sehr schwierig. Warum? Weil wir im Wettkampf natürlich mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen haben und da ist sehr oft Stress oder Druck, der auf uns lastet, ja, geeignet, um das, was wir noch nicht so richtig gefestigt haben, noch nicht so richtig drin haben, auf einmal komplett wegzublasen und wir wissen gar nicht mehr, was wir gerade machen. Du kennst die Situation höchstwahrscheinlich. Ja, zu Hause hast du ein bisschen trainiert und ja, läuft alles gut. Dann kommt die Situation, du merkst, der Stress wird immer größer. Ja, und dann weißt du gar nicht mehr, ja, was habe ich denn überhaupt drin, was soll ich jetzt machen? Und du bist völlig überfordert. Deshalb ist es so wichtig, sich einen Handlungsplan zu erstellen und den dann auch zu trainieren. Das heißt also, wir bauen jetzt über Übungen ein gewisses Muster auf, dass wir immer wieder antrainieren und immer wieder neue Wahrnehmungen, neue Erfahrungen, neues Wissen uns erarbeiten. Und dann ist das nachher ein Handlungsplan, der so gefestigt ist, wenn du die Gabel zum Mund führst, ja, das ist doch gar kein Problem für dich. Unter Stress wirst du es auch können. Aber wenn dieser Handlungsplan so automatisiert ist, wie das Essen, wie das Gehen, wie das Autofahren, dann bist du auch in der Lage, viel häufiger unter Stress, das dann auch anzuwenden, um positiv umzusetzen, was du da gelernt hast über einen etwas längeren Zeitraum zwar, aber mit Struktur. Und dann wirst du ein richtig guter Dart-Trader. Von daher ist Dart-Training so eine Art geschützter Bereich, der uns ermöglicht, hier unter verschiedensten Bedingungen alles anzutrainieren und dann auch diesen Handlungsplan für uns zu erarbeiten, der im Wettkampf dann auf einmal richtig abrufbereit ist. Natürlich sind wir immer noch nicht an dem Punkt, was könnte man denn eigentlich machen. Und wir haben ja gesehen, wir wollen verschiedene Punkte erreichen. Wir wollen also sehen, wo gucken wir hin oder bewegen wir uns oder müssen wir anstatt auf die Triple 20 runtergehen zum Triple 19 Feld. Für viele erfahrene Spieler hört sich das jetzt an, als ob das das Einfachste der Welt ist. Aber auch ich habe früher immer sehr oft Situationen gehabt, dann war ein ganz kurzer Moment der Gedanke, wäre es nicht besser runterzugehen, wäre es nicht besser kurz zu stoppen. Und was passiert? Genau, du triffst dann nicht. Das sind dann teilweise wirklich sehr, sehr starke Ausreißer, weil du nicht komplett fokussiert bist auf die Situation. Wenn ich also jetzt in einer Situation mich wiederfinde, wo dieser Gedanke aufkommt, dann weiß ich, was zu tun ist, weil dann sage ich mir, okay, ich muss dann kurz zurückgehen. Wenn ich aber zum Beispiel in die Situation komme, der erste steckt und ich weiß, oh, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich kann das Feld zum Beispiel nicht richtig sehen. Ah, ich weiß, das hier ist eine gute Option für mich. Ich gehe ein Stück zur Seite. Ich muss in diesem Fall nach rechts und ich weiß durch das Training, ich muss ein ganzes Stück nach rechts oder nur ein kleines Stück. Ich weiß aber auch, dass das funktioniert, weil ich es immer wieder im Training ausprobiert habe. Ich bin also selbstsicher. Wenn du etwas machst im Spiel, was jetzt ungefähr so auf diese Denkweise wie, vielleicht könnte das klappen, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren. Von daher Handlungspläne. Das ist das A und O. Da wir also nicht auf gut Glück üben wollen, sondern uns einer Sache beschäftigen wollen, die wir gerade aufgeschrieben haben, wir haben also verschiedene Möglichkeiten gefunden, anvisieren des Flights, gucken, ob vielleicht am Bärbeln irgendeine Stelle ist, die wir anwerfen können oder ob wir jetzt ein Stück zur Seite gehen. Jetzt brauchen wir natürlich dann auch eine Übung dafür. Und das ist die große Herausforderung. Das ist auch die große Herausforderung für einen Trainer. Ich mache zum Beispiel Trainingspläne nicht einfach so, weil ich mir denke, ach komm, jetzt machen wir das Spiel, jetzt machen wir das Spiel, sondern ich versuche immer, einen Ablauf in diesem Trainingsplan zu erarbeiten, der dazu führt, dass derjenige, der den ausführt, auch eine gewisse Wahrnehmung bekommt, ein gewisses Wissen oder ein Aha-Effekt. Und dann muss man das ein bisschen vertiefen. Wie vertiefen wir jetzt in dieser Situation mit diesen Vorgaben, die wir haben, ein Training? Wie vertiefen wir unser Wissen? Und das gucken wir uns anhand einer kleinen Übung an, denn ganz normal rumwerfen würde nicht dazu führen, dass wir diesen Effekt haben. Natürlich könnte ich jetzt scoren und immer wieder mal darauf eingehen, aber es gibt ein super Spiel, das ist schon uralt, Fake 180. Das ist also eine Übung, die unheimlich einfach ist, die, wenn man sie so spielt und das hat man immer angewendet, um den Leuten beizubringen, die Angst vor der 180 zu verlieren, was aber dann schon zum richtigen Frust führen kann, weil motorisch meistens die Sache noch nicht so gut ausgebildet ist. Aber auch mit Erfahrung kann ich dieses Spiel hervorragend nutzen, um mich wieder so ein bisschen zu schulen, meine Wahrnehmung zu verbessern und gute Rückmeldungen zu bekommen. Denn Fake 180 ist ja nichts anderes, als dass ich einen Dart so lange werfe, bis das der erste reingeht, in das Triple 20 fällt. Dann nehme ich die beiden anderen wieder raus und mache dann nur mit den zwei weiter. Und jetzt habe ich die Möglichkeit zu gucken, zu eruieren, zu evaluieren, zu gucken, ob ich zur Seite gehen muss. Das kann ich auch so machen, auch wenn ich richtig gut reingucken kann, ein breites Feld sehe. Ich kann also viel üben. Und ich lege mir also diesen Zettel an die Seite, wo alles draufsteht, was ich machen will und dann arbeite ich die einfach ab. Dann probiere ich mal das, mal dieses, mal jenes, vielleicht auch mal zehnmal hintereinander diese Version, dass ich auf den Flight gucke oder alterniere, auf den Flight gucken, einen Schritt zur Seite gehen. Das sind also diese Übungen, die ich setze mich auseinander mit dieser Materie. Ich sehe also nicht nur, dass ich einfach rumwerfe, sondern ich weiß, was zu tun ist. Ich habe also eine Anleitung. Ich werde angeleitet, etwas zu machen und dann kriege ich natürlich, wie beim Autopiloten, viel mehr Möglichkeit, die Wahrnehmung mitzunehmen. Oh, das hat sich gut angefühlt. Oh, das hat sehr gut funktioniert. Das ist also eine ganz andere Form des Trainings, als wenn ich die ganze Zeit nur irgendwelche Spielchen da rumspiele, ohne darauf zu achten. Ja, was passiert da? Welche Rückmeldung bekomme ich? Funktioniert das überhaupt für mich? Und überleg mal, ob du vielleicht in Zukunft dein Training so aufbauen möchtest. Damit du zum Anfang es ein bisschen einfacher hast, habe ich hier unten einen Download-Link reingestellt und da kannst du dir diesen Übungscontainer runterladen beziehungsweise es ist also ein Blatt, wo die Übung beschrieben wird, wo aber auch eine Tabelle ist mit den Vorgaben. Da kannst du dir dann deine Sachen reinschreiben, deine Wahrnehmung, was ist passiert, war es gut, war es schlecht, in Zukunft nicht mehr machen, dann weißt du auch gleich, da brauchst du dich dann auch nicht mehr drum kümmern und im Endeffekt wird es dann nachher darauf hinauslaufen, oh, das hier hat sehr, sehr gut funktioniert, das benutze ich in Zukunft immer oder, ja, ich gucke mal, wie es im Wettkampf wird und das ist natürlich eine hervorragende Sache. Es ist nämlich ein strukturiertes Training und macht dich generell besser. Latsch dir runter, denn wenn du das verstanden hast, dann wirst du nämlich dein Training in Zukunft auch ganz anders aufbauen und strukturieren können. Das heißt, du bist dann in der Lage, dafür zu sorgen, dass deine Leistungen immer besser werden, weil du nämlich genau weißt, das ist mein Ziel, das ist meine Lösung, daraus mache ich eine Übung und jetzt geht es los und jetzt werde ich ein Top-Spieler. Dann bin ich auf deine Kommentare gespannt, wenn du das hier mal ausprobiert hast und wenn du auch andere Probleme hast, dann schreib es hier unten rein, auch das hier ist nämlich ein Thema gewesen, das in einem meiner Kommentare veröffentlicht wurde. Sehr spannend, wie du siehst und ich kann euch nur dazu anleiten oder anregen, eher gesagt, auch hier in die Kommentare was reinzuschreiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vor allen Dingen trainiert smart, wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.